Ich bin nah am Mann. Hier habe ich keinen Platz mehr zu beschleunigen. Das heißt, wenn er hier jetzt einen Punch setzt auf meine Brust und ich halte dagegen, funktioniert das nicht. Wenn ich dagegen beschleunige, funktioniert das immer noch nicht. Ich bin zu nah dran, es ist auch kein Raum zum Beschleunigen. Das bedeutet, in enger Distanz mit dem Wusau, der schlägt mir auf die Brust, klar ist dreidimensional. Diese Anspannung verbreitet sich im ganzen Körper. Deshalb musst du von vornherein locker sein und du musst es beibehalten. Das bedeutet, du baust ein Delivery System auf, ein Übertragenssystem zwischen dem Kontaktpunkt und der Ferse. Ich kündige aus Ampfad. Ich tschöne dich. Wenn du ihn triffst, Explosion. Wenn du ihn nicht triffst, eine kleine Rolle, ein bisschen Balance. Angriffsschritt. Der Drache stößt sich ab. Deng Wan. Hu. Lang Wan. Not many movements. Certain movements, six and a half main movements. The question is, how do you use the energy for the pole? How you can control without muscular tension? In a perfect, relaxed way. upgrade. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und parti. Bis zum nächsten Mal.